so das ist eine kleine folge minecraft bei der war das problem hat mit dem soundrechte aufgezeichnet das sollte eigentlich der erste part von dem let's play minecraft projekt sein das alle zwei wochen kommt ja und etwa zehn minuten lang alle zwei wochen wie alle anderen videos auch das ist wegen bandicam weil ich mir noch nicht gekauft habe ja also wenn ihr noch was anderes sehen wollt schreibt in kommentare bitte wenn ein richtig geiles intro für mich hätte den werde ich für ewig unter meinen videos verlinkt ja also dankeschön ich das läuft musik während dem video geniesst es und schaut es einfach mal ein bisschen zu wenn ihr nicht mehr bock habt dann schaut einfach aus und drückt die daumen nach hoch tschüss ja 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.